Hey lol. Ich bin hier grad an irgendeinem Ort. What the fuck? Ich glaub das ist irgendwie so ein Mystery oder so. Lol. Der eine heckt, glaub ich. Hä? Wie komm ich jetzt hier raus? Ich lass mich töten. Lol. Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und zwar machen wir jetzt... Hallo und willkommen jetzt zu diesem Video. Ich hab's später aufgenommen. Okay, jetzt du kommst an. Also wir machen eine Runde wie heustert hier Mario Party mit dem guten LeTru und HiHat. Hallo. Mit dem guten LeTru und HiHat. Und ja, es geht jetzt los. Ich hab ne 1 gewürfelt. Ich hab ne 5. Ich hab auch ne 1 gewürfelt. Was natürlich nice ist. Ich bin wieder... Wer Mario Party nicht kennt, hast du auch ne 1 gewürfelt, Rapper? Oh, ich seh die. Der Rapper. Ach, ich find diesen Namen so geil. Ich hab aber voll den so geil. Das geht nicht. Ach, Leute. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, wir zocken jetzt einfach in eine Runde Mario Party. Wer sich kennt, man muss... Ich hab doch keine Ahnung. Ach, Doodle Jump. Okay, das kann ich schon mal bei... Äh, Monster Bear. Doodle Jump, Alter. Ich hab das immer so gesuchtet. Doodle... Doodle Jump. Das ist halt 3D-Doodle Jump. Das ist halt... Die Revolution. Das ist... Minecraft neu erfunden. So, pass auf. Zack. Ich hab... Ich hab's so... Ich bin eigentlich gar nicht mal so gut in Lügeljaft. Deswegen... Ich bin richtig scheiße. Ich bin auch... Ich berühre immer noch zwischendurch den Boden. Ja, Mann. Das läuft ja nicht. Ich würd auch mal den Boden beruhen. Nein! Was? Oh mein Gott. Bin ich grad runtergefallen, Alter. Ich dachte, unter mir wär ne Plattform. Aber... Habe ich mich wohl getäuscht schon wieder. Lol. Ich hab grad grad abscheiße. Find's witzig. Ich... Also hier kann man auf jeden Fall... Äh... Ganz schnell... Komplett unten wieder sein. Also... Ich bin schon wieder komplett unten, Alter. Dieser Spielmodus ist scheiße. Das ist ernsthaft. Ja, also Mario Party ist der ganze Spielmodus. Hä, lol. Lol. Ich kann nicht mehr springen. Ah, jetzt geht's wieder. Nein. Fuck. Enjoy Hähnchenfleisch. Nein! Ich war ganz oben gerade. Mh, lecker Schweinefleisch. Ich war grad wirklich ganz oben. Oder fast ganz oben. Mh, lecker Schweinefleisch. Mh, lecker Schweinefleisch. Mh, lecker Schweinefleisch. Das ist nicht zu fassen! Ich bin schon wieder runtergefallen. Und zwar... Alter! Ich kann grad nicht springen. Ja, ich konnte auch grad nicht springen. Das ist richtig behindert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach dieser... Mach dieses Scheißteil da oben, Alter. Ne, das kann... Alter, das ist doch... Das ist sauschwer, Alter. Das ist sauschwer. Ich war grad so oft oben. Ich hab echt nur noch einen Jump gebraucht. Okay, das war... Nein! Was ist das denn für ein Mist, ey? Ich bin aufgekommen. Jetzt bin ich wieder ganz unten, Alter. Ja, ich auch. Es ist nicht wahr. Ey, ich wär oben gewesen. Ich auch. Super Spielmodus. Wenn er funktionieren würde, fände ich ihn wirklich gut. Der Spielmodus ist scheiße, ja. Ich weiß. Wenn er funktionieren würde, fände ich ihn wirklich gut. Aber, Alter. Ich wär grad oben gewesen. Was passiert? Hm, wir können jetzt einfach mal nicht springen. Ja. Find ich gut. Ich hab ne Fim. Mhm. Ich hab ne 4, Alter. Es ist nicht zu fassen, Alter. Ich hab ne 4. Und das ist wirklich echtes. Weil, nur wenn ihr in den Chat schreibt, habt ihr die wirklich... Ja, siehste, der hat zum Beispiel ne 50. Das ist, äh, ja. Und 10.000. Das ist natürlich, ähm, normal. Ich versteh diesen Spielmodus nicht, Alter. Hey, hey Moritz. Schön, Moritz. Wir sollten ihn erstmal fixen, Alter. 3, 2, 1. Lol, wir sind einfach immer, wir sind einfach immer genau auf dem gleichen Feld, Alter. Und er rastet wieder völlig aus. Düm, 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 düm. Dieser Kopf, Alter. Okay, was müssen wir machen? Ah, okay, das. Okay. Da rasiere ich alle, Alter. Da rasiere ich niemanden. Ich bin da richtig scheiße drin, Leute. Ich bin richtig gut da drin. Wett, ich wär jetzt gleich beim ersten. Düm, 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 düm. Was? In der Aufnahme, in der Aufnahme, so. In der Aufnahme, so. Iiii. Ist gedreckt. Ja, ohne Aufnahme, so. Iiii. Und dann so in der Aufnahme. Scheiße. Fuck, Alter. Schwarzes Feld. Oh, wie easy das ist. Sei doch nicht so rassistisch. Ey, sei doch nicht so rassistisch. Schwarzes Feld. Blaues Feld. Oh, da ist es. Nein. Boah, Alter war das. Nein. Oh, du bist nicht ehrlich ausgeschieden? Oh mein Gott, du bist ausgeschieden. Wie scheiße. Hey, Leute. Das ist für mich nicht möglich gewesen. Das war so weit von mir weg, da hätte ich gar nicht drauf kommen können. Ispekte auf mich? 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 Aber achte besonders auf mich? Ja, ich achte... Nein, ich achte nicht auf alles, ob ich auf dich achten würde. What? Wie einfach alle ausgeschieden sind. Wie scheiße. Okay, scheiße. Ja, ich bin dritter. Nice. Ich bin hier noch nie dritter geworden. Entweder wegen Bugs oder was weiß ich. Oder weil ich einfach scheiße bin. Oder wenig geht's. Hey, Moritz. Ich bin immer noch da. Lol, Alter, wir gehen einfach immer zusammen in einem Feld. Sind so richtig witzig. So, Achtung. Und... Spur! Eins! Yes! Oh, ich hab zwei. Ich bin ein Feld vor dir. Oh, iiii. Leute, ich übersteuere einfach so hart. Ich hab ne drei. Ich hab vorhin noch meine Audio-Settings umgestellt. Deswegen übersteuere jetzt wahrscheinlich wie scheiße. Iiii. Und so... Und nochmal, sorry, dass meine Audio-Settings so schlecht ist. Ich hab hier halt... Ich hab da noch nie gemacht. Ich hab da noch nie gemacht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Warum? Ich bin erster läuft. Das wird sich so krass ändern jetzt zum Beispiel schon. Alter, wie... Was für FPS-Jobs man einfach hat. Habt ihr die auch? Weiß! Das regt mich auch. Ich bin tot. Wie soll man denn hier bitte gewinnen? Arne war noch... Das FPS-Jobs, Alter. Das FPS-Jobs. Ich bin so gut in diesem Spiel. Was ist das schon? Es hat's schon jemand geschafft und ich bin noch nicht mal hier beim... so ja ich bin so gut die gleich kommen die so ein sprung nicht weiter ist überhaupt möglich die erste weiß ich jetzt scheiße weil die halt scheiße sind leute ich mich gerade übersteuert oder schlechtern oder so nein nein du bist von anfang an schon schlecht gut dann anwarten und ah für fünf meistern der ist er als erstmals könnte ich habe auch noch 5.000 draus machen weil sonst ist es ja oh ich habe mit drei gewürfelt schon wieder ich habe ganz gut so zu tun läuft nicht bei dir ich muss auch noch ein bisschen was draus machen im chat 50er Alter ich hab dich von Ren Tate alter der hat auf jeden Fall richtig Glück obwohl der hat der hatte nicht Glück das ist nicht schlecht ich meine hi hate mc oh mein Gott ich raste aus best feinde forever oh nein nicht das was ist das Replika das finde ich was muss ich noch machen das sag ich euch noch nicht sag mal bitte die ganze Zeit also du musst die Blöcke nachspringen nachspringen ja äh ich bin echt total dumm alter so muss ich nachfauen als wenn man die nachspringen muss alter äh äh lol ich kann wirklich einfach überhaupt nicht obwohl es geht eigentlich ich mach einfach am Anfang so eine grobe Skizze wie nennt man das ja Skizze nicht das ist einfach mal und dann auch das ist abzeichen 8 9 das ist mein Internetteil dieses da was mit dem Thema so heißen es ist ja das für die Türkei ja genau er schätzt mich das geht aber der drüben der drüben es ist es nicht bei ich schick das auch ich schick das ich schick das okay what the fuck ist es ist immer so schwer ich bin ich bin ja ich kann das überhaupt nicht h erst mal gar nicht kapiert um um so ist es halt als michel ist nur dann muss ich michel nennst ja ich habe eben das falsch gemacht Hörnleute Ebenen der Schäfer 20.000 in die Kommentare schreiben falsch machen ich weiß es mir dann da jetzt weiß ich es nein 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 schädelte ich will beim ersten Abschleißen die sich auf jeden Fall und wo soll man das und wenn man es richtig hat die Niederländler sind es richtig ist und geht es mir Häh? Achso, da muss noch was weg. So, jetzt aber. Und ne 2. Geil, Leute, geil. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, wie ich hier bin. Oh, das ist ja echt einfach zu machen. Ich werde gleich, gleich hat das schon mal für eben fertig. Ja, ey, das ist echt so geil. Na, ich sag das, zack, und das, was passiert, das war ziemlich fertig. Zick, 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 drack, drack. So, zack, und zieh einen schönen Block rein. Ach, Mann, vergess es. Ich tipp's auf. Vergesse gar nicht. In zum Spiel bin ich so schlecht. So wie in PvP? Nein, PvP bin ich ganz so klar. Ja, das soll das Instagram-Logo wie geil. Ja, das hab ich auch gerade, das Instagram. Ich bin immer noch bei YouTube. Oh, das ist ja schon. Oh, ich habe die Hesernin. 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 So rausgequetschtes Lachen. Okay, wie war ich? Was? Okay, wie war ich? Was? Okay, wie war ich? Okay, bin mein letztes. Oh ja. Oh, das ist dieses Pokémon-Zeichen. Oh, wie geil. Okay, das ist weiter zu schaffen. Dann ist es auch. Leute, wir sind gut gewesen. Wir waren gut. Das muss man sich Ganze einreden, sonst sonst kriege ich die Kollaps. ich hoffe ich bin nicht bei dieser prinzessin hallo könntest du das bitte lassen wir sind noch kinder so was dürfen wir gar nicht machen ja schon wieder fünf und es ist nicht so dass wir die ganze form ist liebten alter jetzt hör doch mal auf wenn dann schon dann muss ich das für dich machen ich bin die prinzessin ich muss für dich machen okay noch 35 zieler bis zum ziel ich bin wahrscheinlich so scheiße ja ich bin dreimal noch 30 felder ein bonus noch neun noch neun sorry den tierern versuche zu lange okay das habe ich noch nie gemacht das kann ich gut das kann das macht spaß das macht spaß da habe ich damals damals auf epic pvp gab es mario party bereich immer der gewinner mal gucken ob ich immer noch so gut bin da habe ich noch da habe ich fast nie verloren ich konnte aber ich verstehe wie sie da warum sie das schon wieder warum sie das nämlich gemacht aber okay das ist eine schlechte idee manche spielen das halt in der fünf modus aber ich möchte kann das auch nicht ganz schön ich finde ich aber nicht gut ne du weißt was ich meine gesagt ich kann das nicht also wenn ich bin ja das wird eng machen das war heute so geil alter geilster tag ever spaß der verstand auf die illuminati nach dem herrlichen die hat gebacken die er sich an der gewaltt sein erzwecklich natürlich hat er gewaltt sind er hat sie in dieser das war zwar nicht mehr dann glaubt nicht natürlich hätte er gewaltt sich was ergeben ich glaubt sie die 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 Das Geile ist, Micha ist einfach weg und wir merken es nicht. Ach Gott. Ja, Mann. Äh, egal. Juckt hier keinen. Okay. Ähm. Okay, Moritz Game weg. Oh, warum? Warum? Oh, ich bin hier gerade mit Marlenchen. Und ich habe eine... Fünf! Alter, schon wieder eine Fünf. What the fuck? Ist einfach so behindert, dieser Typ. Was ist? Guck mal, was dein Chat schreibt. Über dein 500, was du geschrieben hast. Ach so, warte. 500. Hä, da steht gar nichts. XD, du Schei... Alter. Da steht gar nichts so so. Hä? Bonusfeld! Uh, Bonusfeld! Uh, Bonusfeld! Okay. Wie viele Felder sind es noch bei dir? Weiß ich nicht. 30 Felder. 28. Musikparty. Ach Gott, das kann ich ja super. Aber... Ich schaust lauter stelle, ne? Ja, sollte ich mal machen. So Leute, damit ihr auch selber, ähm, besser hört, was da jetzt passiert, ähm, mache ich einfach mal die Hintergrundsmusik jetzt einfach, ähm, für diesen Teil von Mario Party aus. Was? Ach, so. Was geht's? Was ist das? Das kenn ich. Das kenn ich doch irgendwoher. Ich will das gar nicht lohnen. Schlecht. Hä? It's my life. Natürlich, das ist mein... Terror Theme. Ja, ja. Super Mario Bros. Natürlich weiß ich das. Super Mario Bros. Das ist sowas von falsch. Was? Das war richtig! What? Das war einfach eiskalt richtig. Was ist das? Ah, das kenn ich. Es ist doch irgendwas von Zelda, oder? Ja, Zelda. Ja, ist es. Ja. Hast du auch schon mal Zelda gezockt? Ich hab das gesuchtet. Ich nicht. Gesuchtet hab ich's nicht, aber... Denken auf Zelda. So. Das ist natürlich Zelda, Leute. Ich freu mich auf It's my life, wie wir das machen wollen. It's my life. Okay. Ey. It's my life. Rückwärts. Ähm. It's I love. Ähm. Dann halt... Hallo, ich muss was hören. Ah, okay. Ich weiß es. Du hast es einfach so auffällig gemacht. Okay, das ist, äh... Das ist 9Cat. He's a pirate. Oder? Ja, ne? Weiß ich euch jetzt? Ja. Ich weiß es. Bum, 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 bum. Bum. Mario. Nenn ich. Ich weiß jetzt mal nicht genau wie das heißt, aber, ich weiß. Ich weiß wie es heißt. Bum, 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 bum. Bum. Es ist... Tja. Äh. Hey, Leute, jetzt weiß ich es doch nicht mehr. Hey, Leute, ich habe einfach nichts ausgewählt. Einfach keiner, der es richtig ausfasst. Wie machen die den Beat da rein? Geil. Mit einem tiefen Notenblock. Irgendwie erkenne ich das? Ah, ich weiß es. Oh, das macht eigentlich gerade richtig Bock, Leute. Wenn ihr mehr davon habt. Ja, ich habe es richtig. So, lass doch mal einen Daumen. Oh, ich habe verloren. Nee, mich ist aus der Konfigur. Nee, der ist noch krank. Nee, nee, der ist aber nicht da. Also, der ist mal wieder auf. Ich bin auch noch krank. Deswegen ist das auch der Grund, warum ich nicht so gerne, ähm, mich jetzt auch nicht will, Leute. Ich habe, mich jetzt noch nicht. Oh, eine 6. Ja, ich weiß, aber der ist immer weg. Der muss immer aufleihen. Das ist ein bisschen nervig. Und deswegen sehe ich mich nicht so oft mit ihm auf. Also, nicht wundern, warum jetzt so wenig mit ihm fangen. Aber, so lustig. Ich habe auch eine gute Zahl, ne? Also, 7.000. Ja, ach so, ähm, da hast du aber Pech gehabt, ne? Ja, ist auch gut. Äh, ich hatte nämlich 7.000, äh, 7.000, 8.000, was auch immer. Mach ich hier direkt neben mich? Ich will ja. Äh, ne, der scheint, der bewegt sich nicht. Ne, der ist gar nicht. Dumm, 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 dumm. Ne, doch. Dumm, 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 dumm. Er reicht halt jetzt nicht. Ne, 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 der bewegt sich nicht. Ne, oder Pferderennen? Ach, nö. Ja. Auf jeden Fall F5 gehen oder irgendwie, oder irgendwas Spammen oder so. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ich habe das echt noch nie gemacht und ich wollte es auch noch nie machen. Warum? Ach, die springen automatisch, ja klar, springen die automatisch, ne, natürlich. Und die springen hier automatisch? Ja, springen. Null. Ich weiß nicht, wie man jetzt irgendwie schneller wird, oder so. Da würde ich einfach weh gedrückt. Die Spiele ist so nervig, Alter. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin erster. Leute, bei mir. Junipa. Oh Gott, Leute. Ich bin... Also, ich bin... Das ist so schlecht. Da läuft einer. Er ist einfach vom Pferd abgestiegen. Aha! Läuft! Michael! Micha steht hier einfach so richtig einsam. Ist mir doch egal. Nicht Spaß. Ey, da läuft das Pferd von ihm rum. Oh mein Gott. Leute, was für FPF-Drops, Alter. Sowas habe ich ja echt noch nie gesehen. Das sind zwei direkt hinter mir, aber das ist kein Problem. Oh mein Gott, 12 FPS. So ein... Ah, jetzt ist es wieder 30.000. Dum, 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 dum. Oh mein Gott, Mario Party ist so witzig. Das ist einfach so geil. Oh, runtergefallen. Nice. Das ist einer ganz knapp hinter mir. Ganz knapp. Und? Bist du erster? Ich werde erster, ich werde erster, ich werde erster, ich werde erster. Oh, 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 oh. Du bist weiter. Hä? Wieso? Hä? Der ist jetzt hier gelaufen, dieses Arsch. Ich... Da war einer. Der ist zu Fuß gelaufen. Ich weiß. Dieses Arschloch. Es ist... Oh. Ist doch geil. Aber wie auch immer man das schafft. Liebes... Wie heißt das Server nochmal? Zeit Toxian Team. Das solltet ihr nochmal erinnern. Für den Fall. Alter, wie gut ich einfach gerade im Würfeln bin. Oh. Hä? Die Message wurde nicht rund. Du chattest so schnell. Arschloch. Ich bin auch gut. Ich hab auch gut. Ähm, das ist eine schlechte Zahl. Das ist nicht gut. Also, äh, die, äh, 26 Milliarden... Ne, ne, Michael ist wirklich... Oh, Karl, der bewegt sich nicht mehr. Ja, du... Deswegen... Also, ich will ja jetzt nichts weiteres zu erläutern, aber... Okay, wie weit... Äh, bin ich auf irgendein Platz? Bin ich... Sechster immer noch. Gun Game! Wee! Gun Game! Ich kann das zwar gar nicht, aber... Gun Game! Ich kann saugut, äh, Rage Mode. Das ist erstmal. Es ist so ähnlich wie Rage Mode und Running in the Chamber, ne? Ja, ja, genau. Das ist Running in the Chamber. Also, du kannst eigentlich das mit Running in the Chamber, nur du kriegst halt andere Sachen. Hä, lol. Dum, 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 dum. Ich bin hier grad an irgendeinem Ort. What the fuck? Ich glaub, das ist irgendwie so ein Mystery oder so. Keine Ahnung. Der... Der eine Hack, glaub ich. Hä? Wie komm ich jetzt hier raus? Ich lass mich töten. Lol. Hä? Ey, ich hab mich hier getötet. Ich hab mich hier getötet. Der ist on. Hä? Ich sterb einfach nicht. Lol, was ist das für'n Dreck? Lol, Leute, ich mag gern Game Fall. Ich hab ein Dierschwert. Ich hätte Sau gewinnen können. Von Dierschwert. Guten Morgen. Ich hab ich gar nicht gekillt, Michael. Ich mach easy. Nein, ne, 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 ne. Ich hab jetzt mal wieder meine Musik, äh, Sachen, Leute. Ich bin grad beim Boden. Ich muss sterben, ich muss sterben. Ich sonst, wenn ich sterbe, bin ich im Arsch. Ich verstehe jetzt bitte. Alter, ich sterbe einfach nicht. So, da bin ich wieder wahnsinnig. Oh, Junge, ich krieg drei Hessen, dass du, wenn ich sterbe. Das ist so fast, ich bin direkt. Grepper ist kurz vor dem Sieg. Grepper ist weiter, lol. Oh, ich bin Träter. Warum? Nice. Boah, Mann, ich wollte auch... Ey, das ist doch echt... Der kann einfach Fokus sein im Chat. Na gut, ich hab halt beim Würfeln geguckt, ne. Vier. Geht eigentlich. Geht eigentlich, Leute. Ist nice. So, wie lange... Braucht der eigentlich noch? Ich hab auch ne gute Zahl. Ah, ne, die ist jetzt wieder echt nicht gut. Die Kuh, das ist gar keine Zahl, da ist ne Kuh drin. Ah, dann Spaß, okay. Äh, wie viel brauche ich jetzt? Ah, ich bin schlechter geworden, leider. Bin ich wieder mit 3 Feu? Okay, äh, Xsushi hat gewonnen. Ich glaub ich werde niemals in diesem Spiel gewinnen. Aber ich hoffe, es hat die Runde gefallen mit... Oh, das war der Hacker. Ähm, und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüü, ähm, wir sehen uns zum nächsten Mal. Yo, Leute, ciao! Das war's für heute.